so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die geisha ambush wunderschönes ding wunderschön designt hier mit diesem komischen doppelkopf adler auf was bedeutet das wohin ich habe überhaupt ambush mal gegoogelt das heißt hinterhalt 300 gramm hat das schöne ding und 45 schuss das sieht immer wie ich finde in videos größer aus als es ist aber es ist echt klein wieder schlicht gehalten von welcher die cake sollte man eigentlich nicht rausnehmen aber ich nehme es trotzdem aus weil man sieht dass hier geht es gar nicht weiter also die war eigentlich verklebt das ist eine richtig geile heuler batterie die richtig tief bösartig reichende heule in die luft schießt die oben sogar nach dem zerleger haben also wie ich finde eine richtige glanz neuheit obwohl die gab es schon letztes jahr glaube ich sogar ja ich glaube sogar wirklich hier haben wir noch ein paar angaben zu dem teil unten in deutsch und leute dann würde ich sagen sehen wir uns jetzt beim test der ambush und freut euch drauf und bis gleich zur zündung das was wir da drüben machen ist kinderkacke leute jetzt gibt es richtige batterie und zwar die ambush richtige pfeife könnte ich mal ein scheibchen abschneiden jetzt mother fucking rock this shit let's rock the party ich hab mich für mich für dich und ich hab mich für dich Alter! Überall hin fliegen die Teile! Fettes Teil! Untertitelung des ZDF für funk, 2017